Ein Grabräuber hat die Ruhe der Toten gestört und sie somit aus ihrem ewigen Schlaf gerissen. Aus Rache haben sie nun mein Heimatdorf verflucht. Um den Fluch zu brechen, muss ich den Grabräuber finden und das Diebesgut wieder zurückbringen. Nur dann werden die Toten wieder ruhen und mein Dorf bekommt seinen wohlverdienten Frieden zurück. Begleitet mich auf diesem Abenteuer, liked das Video und vergesst nicht zu abonnieren. Als ich das Grab hier betreten hatte, bekam ich von dem Geist des Toten die klare Anweisung, die gestohlenen Grabbeigaben wieder zu beschaffen. Den Fluch auf mein Dorf hat er vorübergehend mal pausiert. Gelingt es mir aber nicht, alles wieder zu beschaffen, dann sind wir für immer verflucht. Und das hört sich gar nicht gut an. Also lasst uns mal schauen, dass wir einen Grabräuber schnappen. Wie schnappt man denn bitte einen Grabräuber? Ich vermute, indem wir uns mal umschauen. Also hier in den ganzen Dingern war nichts drinnen. Auch hier ist nichts. Da liegt was. Das ist mir beim Reinmarschieren gar nicht aufgefallen. Ein Wolleschneider? Also eine Schere halt, ne? Aber die Schere hat jemand Wolleschneider benannt. Okay. Das hört sich spannend an. Ich werde mal damit anfangen, im Dorf rumzufragen, ob jemand weiß vielleicht, wem das gehören könnte. Damit gehen wir mal diesen wunderbaren Berg hinunter und versuchen dabei nicht zu sterben. Den ersten, den ich fragen werde, ist der Fischer. Der konnte mir schon so viel helfen. Der steht da schon. Vielleicht weiß er auch jetzt eine Antwort. Fischer! Coco, was gibt es? Ey, folgende Frage. Schau mal. Ich habe hier einen Wollschneider. Eine Schere mit dem Namen Wollschneider gefunden. Weißt du zufällig, wem die gehört? Äh, nein. Leider nicht. Danke dir trotzdem. Ich frage mal weiter rum. Dann schauen wir mal eben flink zum Marktplatz vor. Oh, die sind gerade alle auf dem Weg ins Bett. Ja, dann, ähm, schauen wir mal, ob wir noch den einen oder anderen erwischen. Sag mal, kannst du mir vielleicht... Nein? So wie es ausschaut, sind alle ins Bettchen. Ich lege mich auch hin und wir fragen sie morgen einfach nochmal. Guten Morgen. Sind die Dorfbewohner auch schon wach? Ja, wunderbar. Dann schnappen wir uns gleich mal die ersten und fragen nach, wie es ausschaut. Ey, guten Morgen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wem das hier gehört? Ah, Kroko. Das haben wir ja nicht gesehen. Eine Schere namens Wollschneider. Nein, aber vielleicht fragst du den Werkzeugschmied. Der muss ja wissen. Vielleicht hat er es sogar gemacht. Okay, ja. Mach ich. Das ist eine gute Idee. Danke. Der Werkzeugschmied wird noch nicht am Arbeiten sein, aber vielleicht finden wir ihn. Wilhelm, bist ja doch schon am Arbeiten. Grüß dich. Sag mal, hast du diesen Wollschneider gesagt und weißt, wem er gehört? Oh ja, den habe ich geschmiedet. Du hast die gemacht? Ja, ja. Das erkenne ich sofort. Weißt du auch für wen? Ja, die habe ich für den neuen Schäfer auf der Farm meines Opas gemacht. Als kleines Wildkommensgeschenk. Du bist ja klasse. Dann danke dir. Dann weiß ich Bescheid. Auf der Farm meines Opas also. Alles klar. Düsen wir hin. Zur Farm düsen wir wieder oben raus aus dem Dorf. Vorbei an der wunderbaren Statue. Zu Ehren der Broke Nights. Einmal am Vorbeigehen in den Briefkasten checken. Keine neue Post. Und dann nichts wie raus aus dem Dorf und über die Berge zur Farm. Ich komme gerade hier den Weg runter. Was sehe ich da? Sieht mir irgendwie aus wie ein Kampfort. Pfeile liegen rum. Blutspritze. Irgendwas ist hier passiert. Wir haben aber eine Mission. Wir müssen unbedingt unser Dorf vor dem Fluch befreien. Und den Grabräuber finden. Mir scheint auf der Farm sind sie auch fleißig am Arbeiten. Er kommt seiner Arbeit nach. Ja, der Steinmetz ist auch fleißig. Und da hinten haben wir ihn ja schon. Den Schäfer. Ich grüße dich. Schäfer. Sag mal. Ist das deine Schere? Ja, wie wunderbar. Wo hast du die denn gefunden? Im Höhengrab in den Bergen. Achso. Deine ist das wohl nicht meine. Jetzt macht keine Faxen. Ich weiß, dass es deine ist. Niemand sonst nennt seine Schere Wolleschneider. Und der Schmied hat mir bestätigt, dass er sie für dich gemacht hat. Ja, und wenn schon. Weißt du, dass du mit deinem Grabraub einen Fluch auf das Bergdorf losgelassen hast? Da tauchen jetzt jede Nacht Geister aus einem fremden Biom auf. Oh nein. Das wollte ich nicht. Wusste ich auch nicht. Das müssen wir verhindern. Wir müssen gar nichts. Ich habe schon genug gemacht. Du musst einfach die Grabbegaben, die du gestohlen hast, zurückbringen. Und dann ist alles wieder gut. Äh, gibt es nur ein Problem. Und das wäre? Ich bin von Wegelagern überfallen worden. Und die haben mir alles genommen. Na gut, na gut. Ich hole es zurück. Wo finde ich diese Halunken? Ich weiß es nicht, aber ich konnte denjenigen, der mir meine Sachen abgenommen hat, verletzen. Vielleicht gibt es dort eine Blutspur. Ja, Blut habe ich da oben schon entdeckt. Ich gehe mal nachschauen. Alter, jetzt mache ich schon wieder die ganze Arbeit. Aber wir wissen ja alle, ich mag das. Dann sausen wir geschwind an den Ort des Geschehens hinauf. Und schauen mal, ob wir diese besagte Blutspur finden. Da sind wir. Blut ist überall. Und es führt wirklich eine Spur hier weg. Wir sind hier oben an den Hügel entlang. Wahrscheinlich irgendwie hier durchs Wasser durch. Ich gehe mal da ein Stückchen nach oben. Da. Habt ihr das gesehen? Da bewegt sich jemand. Da sind die Wegelagerer. Die schnappen wir uns. Vier Stück Schild, Helm auf. Und ich glaube, ich wurde schon entdeckt. Komm, drauf, 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 drauf. Ja, hallunken hier. Da, Wegelager. Eindeutig die richtigen erwischt. Da ist Blut. Da ist eine Höhle. Au, schaut mal, was da für einer ist. Oh, der haut ja rein. Boah, der war nicht ohne. Okay, aber er wäre geschafft. Schauen wir mal, was wir da drin finden. Kiste. Da ist ja noch einer. Drauf. Gnade, Gnade. Kannst du haben. Aber im Gegenzug bekomme ich die Grabbeigaben, die ihr dem Schäfer abgenommen hattet. Ja, ja, natürlich. Ja, bitte. Alles habe ich gesagt. Ja, konnten wir ihn nicht abnehmen. Mit der Rüstung und dem goldenen Apfel ist er geflohen. Das hört sich ja mal interessant an. Jetzt schau, dass du verschwindest. Ehe ich es mir anders überlege. So wie es aussieht, hat uns der Schäfer nicht ganz die Wahrheit erzählt. Wir werden dem definitiv mal auf den Grund gehen müssen. Noch Memorals. Das gefällt. Und Fleisch. Und ein Ei. Ja, fantastisch. Klasse. Äh, ich würde sagen, wir stellen den Schäfer zur Rede. Boah, habe ich gerade einen Herzinfarkt bekommen. Alter, die Creeper. Boah. Ey, so erschrocken habe ich mich, glaube ich, noch nie in Minecraft. Und einen wunderschönen guten Morgen aus der Mühle. Lass uns mal rüberspringen zum Schäfer. Mal schauen, was er zu sagen hat. Und? Hast du alles bekommen? Jetzt habe ich genug von einem Spielchen. Wo ist der Rest? Lüg gar nicht erst. Ich weiß, dass du damit davongekommen bist. Das kann ich nicht sagen. Doch, das glaube ich schon. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Wieso nicht? Ich, ich brauche das Geld. Welches Geld? Ich habe den goldenen Apfel im Ostdorf verkauft. Ich brauche viel Geld für die Heilung meiner Frau. Sie ist leider sehr krank und kann nur noch kein magischer Heiler wiedergesungen werden. Die sind aber so teuer. Da reicht die Arbeit auf der Frau nicht aus. Wie viel brauchst du denn? 128 Emeralds. Und wie viel hast du für den goldenen Apfel bekommen? 96 Stück. Und für die goldene Rüstung? Noch nichts. So viel konnte ich nicht auf einmal verkaufen. Das mache ich erst nächste Woche. Nein, 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 nein. Wisst du nicht. Du sagst mir jetzt, an wen du verkauft hast und ich hole den Apfel zurück. Danach bekommst du von mir 32 Emeralds. Aber du verrätst mir, wo die Rüstung ist. Und wehe, du erzählst mir nicht die Wahrheit. Ich, ich sage die Wahrheit. Ganz sicher. Frag die Dorf, er ist im Ostdorf. Ihm habe ich den Apfel verkauft. Okay, im Ostdorf also, ja. Und wie, da mache ich mich auf den Weg. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, heute könnten wir mal eine Runde den alten Gaul ausreiten. Wenn wir schon hier sind. Wie schaut es aus? Hast du Lust auf eine kleine Reitour? Na, Logo. Jupp, Zaumzeugen haben wir auch hier. Eine Leine zum Anleihen. Los geht's. Ab ins Ostdorf mit uns. Und da ist das Ostdorf auch schon. So, am Rathaus lässt sich der alte Gaul hervorragend anbinden. Ich komme wieder feiner. Ja. Ich muss nur mit dem Dorfältesten sprechen. Dorfältester, ich grüße dich. Sag mal, war der Schäfer von Opas Farm bei dir? Ja, der Schäfer war hier. Oder hat er dir einen goldenen Apfel verkauft? Woher weißt du das? Ich brauche den goldenen Apfel wieder. Er gehört zu einem alten Grab im Bergdorf. Wenn er nicht wieder dorthin kommt, bleibt das Dorf verflucht. Verflucht? Auweia. Natürlich kannst du ihn haben. Wenn du mir dafür nur einen kleinen Gefall tun würdest, wäre super. Na klar, kann ich machen. Das Ostdorf braucht schon lange funktionierende Tore. Kannst du dich darum kümmern? Materialien solltest du genug in unserem Lager finden. Na klar. Ich mache mich sofort ans Werk. Ach, und eins noch. Ja? Der Schäfer hatte noch eine goldene Rüstung dabei. Ich konnte sie nicht sofort kaufen. Deswegen verließ er das Ostdorf in Richtung Nordwald. Das wunderte mich, da er eigentlich zur Farm zurück müsste. Ich bin ihm also zu einer Höhle gefolgt. Ich bin nicht hinein. Als er einige Zeit später wieder herauskam, hatte er keine Rüstung mehr dabei. Okay, das ist ein guter Tipp. Wo finde ich denn diese Höhle? Ziemlich exakt auf nördlicher Höhe unserer Kirche. Ich habe den Eingang mit zwei Fahnen markiert. Fahnen oder Fahne? Fahnen. Oh, okay. Das wächst auch fast nicht im Nordwald. Nee, ist gut. Cool, dankeschön. Ich schaue euch mir nachher mal an. Aber zuerst kümmere ich mich natürlich direkt um den Bau. Ich habe mir diese Grabbeigaben noch nie genau angeschaut. Einen verzauberten Goldapfel und ein Zeremonieschwert. Was man halt so mitnimmt ins Grab. Braucht mal nichts, wenn ich ehrlich bin. Blöcke. Oh, jede Menge Holz. Steine. Und wie schauen die aus? Okay. Ich habe da einen Plan. Lasst mich mal Tore zimmern. Wir haben eins hier Richtung Westen. Oh, wir haben vier. Richtung Norden, Richtung Süden und Richtung Osten. Vier Tore. Wir müssen uns ranhalten. Machen wir. Er will raus, aber darf nicht. Ich habe die Tore so gebaut, dass die Dorfbewohner in einem Dorf auch sicher sind. Zwei stehen schon. Das Tor Richtung Westen, das Tor Richtung Norden. Das Tor Richtung Süden, Entschuldigung. Ich versuche da ein bisschen Varianz reinzubringen. Jetzt machen wir noch schnell Richtung Osten und Richtung Norden. Und dann können wir uns auch schon wieder unserer Hauptaufgabe widmen. Die Tore stehen. Dankeschön. Viel Erfolg weiter. Ja, den brauche ich. Dankeschön. Ihr fragt euch, warum genau das hier einen Steinturm bekommen hat? Naja, ganz einfach. Schaut mal. Das hier ist aus meiner Sicht definitiv eine der am schwersten zu verteidigenden Stellen. Wenn die durch den Wald kommen, ganz schwierig. Da braucht man eine ganz gute Position. Aber genau in diesen Wald werden wir jetzt rein spazieren. Malerke sagt, auf der Höhe der Kirche Richtung Norden finden wir eine Höhle. Okay, von hier sehe ich noch nichts. Aber wir werden dahinter laufen. Hier wollen die Holzfäller. Die sind wahrscheinlich schon wieder fleißig am Arbeiten. Und wir schleichen uns aber an den Holzfällern vorbei in Richtung Norden. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter hin. Oh. Danke, danke. Und irgendwo bei den Fahnen. Na super. Er hat zwei Fahne-Puls. Das ist ja ein Scherz-Kirche. Sie sind überall Fahne. Wir suchen eine Höhle auf der Höhe der Kirche. Ich denke, ich bin ungefähr auf der Höhe der Kirche. Das könnte eine Höhle sein. Und es wären zwei Fahnen. Es schaut zwar nicht nach viel aus, aber wir schauen aber mal rein, ob das die richtige ist. Gut. Da ist wohl Sackgasse. Nein, es geht weiter. Oh, das sieht mir sehr verdächtig nach etwas aus, was mich umbringt. Ernsthaft? Ist es jetzt eine Parcours-Strecke? Kann es sein? Also, dann sind wir höchstwahrscheinlich in der richtigen Höhle. Wo geht es nicht heran? Auch nur irgendwie weiter. Mit dem legen wir uns nicht an. Satt gegessen. Helm auf. Es kann losgehen. Eigentlich bin ich im Parcours mittlerweile geübter. Aber wenn so viel Lava da ist, bin ich immer aufgeregt. Raus, 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 raus. Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Puh, wir brauchen eigentlich Essen, Essen, Essen. Ein halbes Herzen. Da leidet die Rüstung. Okay, nochmal. Und jetzt. Ja, geschafft. Dann da rüber. Auch geschafft. Ja. Er hat ernsthaft die Rüstung hier versteckt. Perfekt. Wir sind wirklich auf dem richtigen Weg hier. Vier Stück rein theoretisch machbar. Rein praktisch etwas, wovon ich die Finger lassen sollte. Und gleich haben wir die Rüstung. Okay, dann sammeln wir sie einfach mal ein. Zeremonierüstung. Okay, ich glaube, wir haben alle gerade jetzt beieinander. Und da müssen wir jetzt zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich kann nicht zwei hoch springen. Wartet, 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 wartet. Ich habe was übersehen. Da war... Habt ihr gesehen, wie gut ich jetzt schon war? Man bekommt Übung. Hier, da war doch was. Ich dachte mir gerade noch... Uh, hätte ich da auch rein können? Nein, ich bin da runtergefallen. Nein, rein hätte ich nicht können. So, einmal raus hier. Und dann können wir die Grabbeigaben eigentlich schon zurückbringen. Aber für den Fall, dass der Schäfer uns die Wahrheit erzählt, was wir ihm jetzt auf alle Fälle mal zugestehen, dann braucht er noch 32 Emeralds für seine Frau, um sie zu heilen. Und wir haben gerade bei den Räubern auch wieder so viel bekommen. Ich glaube, wir können ihm 32 Emeralds vorbeibringen. Also dann düsen wir zur Farm. Schäfer, schau mal. Hier sind deine 32 Emeralds. Oh, danke. Die Rüstung habe ich. Schon gut. Ich habe die Rüstung schon gefunden. Wie, wie habt ihr? Das spielt keine Rolle. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr euch um eure Frau kümmert. Dankeschön für eure Hilfe. Ja, gerne. Alles Gute. Und wir haben jetzt noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Wir bringen diese Grabbeigaben so schnell wie möglich zurück ins Grab, damit wir diesen Fluch endlich loswerden. Und da sind wir auch schon im Bergdorf. Jetzt nichts wie hinaufkletternd auf den Hügel. Ich glaube, wir können von hier vielleicht sogar rüber. In irgendeiner der Höhlen will ich auch mal begraben werden. Dann mal nichts wie rein da und die Grabbeigaben zurückbringen. Wer wagt es meine Ruhe? Ach, ihr seid es. Ich habe alle eure Grabbeigaben wiedergefunden. Links hinein, verschließt mein Grab und ich werde Wort halten. Der Fluch soll euch nicht mehr treffen. Dann machen wir genau das. Machen wir genau das. Einmal hier öffnen und dann legen wir einfach in die eine Kiste einen Teil rein und in die andere Kiste den anderen Teil. So, Klappe dicht. Und dann als allerletzte Tat natürlich die Brocken hier einsammeln und das Grab wieder verschließen. Damit ist das Bergdorf mal wieder gerettet und der Fluch vom Dorf abgewendet. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Fiat's euch!